Wieso nicht? Okay, aber das muss ich mir jetzt anders machen. Sie muss sich mit Taktik besiegen. Ach so. Ich stand da jetzt gerade und habe überlegt, was für eine Fähigkeit habe ich mir jetzt gerade angebaut. Oh mein Gott, ich werde alt. Okay. Also hat jeder wohl Stärken und Schwächen. Da gucke ich mal, was bei ihm die Schwäche ist. Bei Alec Man ist ja Cut. Also von Cut Man. Es haut schon so ein bisschen durch. Ich weiß nicht ob. Ich gucke mal, vielleicht hat es noch anderes. Äh, Cut Man war es nicht. Fire Man auch nicht. Beziehungsweise Fire Man vielleicht. Ice Man vielleicht? Ice Man könnte ich mir über einen zweiten vorstellen bei Fire Man. Nochmal. Äh, okay. Okay. Okay, okay, okay. Ice gegen Ice ist ja ganz immun. Äh, das kann ich ja nicht benutzen. Ice Man. Ice Man. Ice Man. Ice Man. glaube ich eher weniger. Gucke ich jetzt mal Alagman. No, Fireman ist er. Gegen Fireman ist er am instabilsten. Beziehungsweise gegen Feuer, 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 Feuer. Alles klar, er ist tot, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Gegen was könnte Fireman wohl anfällig sein? Ich hoffe mal oder denke mal gegen Eis. Ja, Eis, Eis, Eis. Okay, okay, okay. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hoffe mal, wenn man stirbt, kommt man mit voller Energie wieder zu dem richtigen Bassgegner, wo man gerade war. Sonst habe ich keine Ahnung, wie ich jetzt hier so alle besiegen soll, ohne getroffen zu werden. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. So. Äh, ja. Über das, äh, da rüberspringen ist ja nicht so das Ding, aber... Das denn auch noch genau da, wo ich stehe, Feuer unter mir ist, dass ich da nicht mehr landen kann, ist schon scheiße. Einfach aufpolzen da. Gibt es ja nicht noch was besseres dagegen oder so? Lagman ist doch für alles gut. Lagman macht ihm fast gar nichts. Ne Eiswein meint jaaaah, okay. Ah, hehehehe. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wie soll ich mich davon noch treffen lassen? Jetzt einfach mal inne. Ich hab keine Ahnung. Eiswein. Da ist doch bestimmt Feuergut oder was? Nee? Vielleicht Elektrizität. Wäre auch logischer als Feuer. Fällt mir mal gerade so ein. Ja. Okay, gegen was könnte er? Gegen Bomben vielleicht? Komm, komm, komm. Ja. Okay, okay, okay. Ich darf nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, bom, 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 bom. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, wie soll ich das denn machen? Ach, komm, 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 hey. ich wollte unter durch ran, aber dichter kamen nicht. schade auch. oh mein gott Alter fuck 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 Komm, komm 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 komm. Komm, komm 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 komm. Komm, komm, komm. Einmal noch. Ja! Okay, okay, okay. Wieder eingebesiegt, ohne getroffen zu werden. Oh mein Gott, ist das heftig. Ist das heftig. Was nu? Was nu? Krieg ich Energie? Komm, bitte krieg ich Energie. Ich will Energie. Ich krieg Fähigkeiten, Energie. Toll. Äh. Fireman ist am meisten weg. Toll. Jetzt kommt, hier, kommt Dr. Willi, ne? Ja, jetzt kommt Dr. Willi. Ich hab's, ich hab doch noch ne Chance, irgendwie. Hey! 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 Gar nicht mal so. Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ich weiß nicht. Äh, vielleicht hab ich auch noch so ein mini, mini Teil von ihm da eben angekratzt. Angekratzt. Von bei. Ich weiß nicht. Äh, ich hab 399.000 Punkte, fällt mir gerade auf. Ohohoho. Ich will da mit voller Energie rein. Ich hab ja genug Leben. Okay, das ist schon mal gut, dass ich jetzt hier oben anfange und nicht da unten irgendwo bei jemandem. Äh, was nehme ich denn am besten? Äh, Iceman. Nehme ich noch dazu. Okay, jetzt den, äh, ja, feier mir wieder. Okay, okay, komm her, komm her, komm her. Komm her, Bengel, komm her, Bengel, komm her, Bengel. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020